Hallo und herzlich willkommen zum Video Good to know, zum Thema Wärmepumpe. Wir als Ihr Partner für 360 Grad Verbindungstechnik liefern Ihnen Lösungen. Standardisiert oder individualisiert. Wir haben heute eine Anwendung mitgebracht zu dem Thema Wärmepumpe aus unserem Bereich Snap-Lock, Geräusch- und Schwingungsentkopplung. Dafür möchte ich Ihnen gerne meinen Kollegen, den Robert Schell, vorstellen. Robert ist Produktmanager im Hause Bellow. Robert, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, vielen Dank Jochen. Ich habe heute eine klassische Anwendung im Bereich der Wärmepumpe mitgebracht und zwar ein Technikgehäuse, das üblicherweise am Heizkessel befestigt wird. Und an diesem Technikgehäuse haben wir an verschiedenen Stellen das sogenannte Snap-Lock-System verbaut. Das habe ich auch noch mal in etwas größer dimensioniert mitgebracht. Und zwar ist das Snap-Lock-System ein zweiteiliges System, das auf der einen Seite einem Kugelbolzen besteht, der als Metall-Kunststoff-Variante gefertigt ist. Auf der anderen Seite als Gegenstück eine Snap-Lock-Kupplung aus einem thermoplastischen Elastomer. Und die beiden Teile werden einfach zusammengesteckt und einfach wieder auseinandergezogen. Also eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Und das Ganze haben wir, wie gesagt, auch noch mal in einem Technikgehäuse installiert und zwar an verschiedenen Stellen. Hier beispielsweise und noch mal an einer zweiten Stelle. Coole Anwendung, Robert. Tut mir einen Gefallen. Erkläre doch bitte unseren Zuschauern noch einmal ganz schnell, was sind die Vorteile und vor allen Dingen, wo ist der Kundennutzer? Gerne. Mit dem Snap-Lock-System haben wir eine schnelle und einfache Demontage. Wir haben eine geräusch- und schwingungsentkoppelnde Verbindung, die auch gleichzeitig noch toleranzausgleichend ist und die sich recht einfach in das Kundenbauteil integrieren lässt. Und wenn Sie weitere Informationen zum Thema Snap-Lock benötigen, dann lassen Sie es uns bitte wissen.